Die Seele vom Leibe zu lösen, bemühen sich immer am meisten die richtig Philosophierenden, und gerade dies also ist die eifrige Beschäftigung der Philosophen, die Lösung und Trennung der Seele vom Leibe. Das Bild einer leibfreien Existenz der Seele oder eines Seelenkörpers ist nicht nur in der abendländisch-christlichen Tradition zu finden, auch die bei Platon mit dem Leib-Seele-Dualismus einhergehende Herabwürdigung des Körpers, des Irdischen, als bloßem Schatten der im ontologischen Sinne alleinig realen Seele, ist ein in allen Kulturen und Zeiten wiederkehrendes Motiv. Untertitelung des ZDF, 2020